Pair of gold, eyes of blue, pettiest girl I ever knew. Skinny as white as a precious pearl, she was my temporary girl. She just can't step by, pettiest girl. Hallo, wir sind Harjö und ich, Susan. Und wir zeigen euch heute den Tanz Zipperary Girl, 32 Counts, 4 Wände und einen ganz kleinen Break von 3 Taktschlägen. Als prügige Tanz bedeutet also, dass wir da weitermachen, bevor er aufhören kann. Genau. So, komm an. So, komm an. Die ersten 8 Schritte. Rocking Chair, Seidrand vor, Rocking Chair, Step, Block, Step. 7, 8. Rocking Chair und Seidrand vor, Rocking Chair und Step, Block, Step. Gesteht? So, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte sind Step, Halb, Step, Pull, Turn, Step. Und dann zeigen wir, wie es weiter geht. 7, 8. Step, Halb, Step, Pull, Turn, Step. Jetzt gesprungene Crossbox. Also, wir haben Seidrand? Ja. 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 Was wolltest du sagen? Ich sagte, wir sind schon in 8. Du, ich sind noch nicht. Nein. Wir sind noch nicht. Also, wir haben Cross, Back, Seid, Cross, Back, Seid, Ab. Ja. Genau. Gezielt. Etwa. 2, 3, 4, 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Ja? Ja. Okay. Die nächsten 8 sind Side Rock, Cross und Cross und Cross, Heel und Heel und Pitch mit 2 Sprünge links herum, 3, 4 und 7 und 8. Side Rock, Cross und Cross und Cross, Heel und Heel, Pitch, Pitch, Sprünge. Seidrand? Ja. 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Die letzten 8 sind Point Hook, Point Flick, Side Behind Side, Pivot Turn, Halb, Back, Rock, Stomp. So. 7, 8. Point Hook, Point Flick, Side Behind Side, Pivot Turn, Hals, Deck, Boxen, Ab, Stomp. Was sonst? Was sonst? Verstanden? Genau. Mit rechts, 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. So. Einmal die ganze Wand. Einmal von Susan gesprochen und von mir erzählt. Susan beginnt. 7, 8. Rock in Chair und Side, Rand vor. Rock in Chair und Step, Block, Step. Step, Halb, Step. Full Turn, Step. Cross und Side, Cross und Side. Side Rock, Cross und Cross und Cross. Heel und Heel und Pitch. Point Hook, Point Flick, Side Behind Side. Pendel Turn, High Zweck, Cross und Thatρείes Direkteübernehmen. Nextecie! 3, 4 rein. 2, 3, 4, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. In der siebten Wand fangen wir an zu sechs Uhr nach zwölf Counts, bleiben wir kurz stehen Richtung zwölf Uhr für drei Takte und setzen dann wieder ein mit den Crosswalks. Das ist nach dem Pivot Turn Step und Fun Turn Step. Wolltest du noch mal auf deinen WC noch mal auf Süße Tanks, ja? Ja, das müssen wir eh so schneiden, das können wir so nicht, ne? Machen wir. Sieben, acht, eins und zwei und drei und vier, fünf und sechs und sieben und acht. Eins und zwei, drei und vier, zwei, drei, vier, Crosswalk. Und das war's. Sieben, acht, eins und drei, vier, fünf, drei, drei, vier, 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 vier. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik 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 Musik